Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Gothic, wo wir letztes Mal der großen Anrufung des Schläfers beigewohnt haben und dann als große Vertrauensperson auserkoren wurden, das weiter zu untersuchen, also einen Orkfriedhof anscheinend zu besuchen, wo schon ein paar Templer hin aufgebrochen sind, aber ich denke, ich werde da jetzt nicht mitten in der Nacht aufbrechen, weil, ja, weil mitten in der Nacht seht ihr nicht so viel. Mir ist das aufgefallen und deswegen werde ich mir jetzt erstmal ein Örtchen zum Schlafen suchen und dann dort eine die Nacht verbringen. So, ist diese Hütte eigentlich auch leer? Sieht irgendwie so aus. Dann mache ich mal die Fackel aus und schlafe immer eine Runde bis zum nächsten Morgen schlafen. Hey, du! Ja, hey, ich. Huch. Was zum Geiler machst du da? Äh, Cain. Cain ist in den Tod gesprungen, interessanterweise. Ähm, soll ich irgendwie Notdienst rufen oder sowas? Hm. Keine Ahnung, ich kann ihn einfach lieben lassen, aber er ist jetzt echt in den Tod gesprungen, es tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ähm, ich habe nichts gemacht, ich bin völlig unschuldig. Vielleicht wollte er mit mir reden, weil ich in dem Haus geschlafen habe und dann ist er irgendwie unglücklich runtergefallen. Also das war wirklich ein Unfall, ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich hoffe mal, dass er wieder aufsteht. Aber letztendlich ist das nicht unser Problem, glaube ich. Gut, also wir müssen jetzt zum Orgfriedhof gehen, da könnte mir wieder Talas, könnte mir den Weg zeigen. Ich verzichte da jetzt auch mal drauf, weil Talas ist ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich finde Talas nicht besonders toll. Weil er irgendwie nie mehr macht, als er irgendwie machen muss. Und wir sind ja ganz anders, ja, wir sind ja total verlässlich und machen immer ganz viel. Deswegen werde ich mich jetzt nicht drauf verlassen auf ihn, sondern ich werde das alleine finden. Aber ich denke, vorher sollte ich Meldung bei mir im eigenen Lager machen. Jetzt hat ja diese Anrufung stattgefunden, moin. Jetzt hat ja diese Anrufung stattgefunden und deswegen sollten wir jetzt mal zu unseren Auftraggebern zurückkehren und denen Bescheid sagen, dass was passiert ist. Vielleicht gibt es ja dafür als Belohnung eine neue Rüstung oder sowas, das wäre ja mal nett. Also ich meine, wenn wir zu einem Orgfriedhof gehen und es da tatsächlich lebende Orgs gibt, dann sind die ganz schön hart. Weil Orgs sind schon ziemlich starke Gegner. Da würde ich dann doch gerne irgendwie eine andere Rüstung tragen, als meine schwere Banditenrüstung. Deswegen werde ich jetzt erstmal in Richtung neues Lager zurückkehren, auch wenn das wieder ein bisschen Zeit kostet. Das tut mir leid, aber ich würde gerne dahin gehen, noch ein bisschen meine Ausbildung weitermachen und gucken, ob es da irgendwas Neues zu tun gibt. So. Jetzt ist Kayn aber glaube ich echt tot, ne? Es tut mir irgendwie leid, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob Kayn noch irgendwie wichtig ist. Oder wenn er wichtig wäre, dann könnte er glaube ich nicht sterben. Es sah auf jeden Fall, auf jeden Fall sah es sehr ulkig aus. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid, dass ich ihn einfach halb liegen lassen, aber ich meine, hier gibt es keinen Notruf oder sowas, den ich jetzt irgendwie hätte anrufen können. Mit den Gurus kann ich mit Sicherheit auch nicht reden und sagen, ey, da ist hier Kayn ist runtergefallen. Das ist ein bisschen, wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich da machen soll, aber ich, deswegen verschwinde ich lieber, weil ich, ich habe da überhaupt keine Schuld dran, dass irgendwas passiert ist. Ich bin einfach nur an die Leiter runtergestiegen. Was Kayn da gemacht hat, das ist sein Problem. Aber ein gutes Satz vielleicht, wenn ich mal so ein bisschen böse, böse sein kann. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Hütte, die ich benutzen kann, weil er braucht die Hütte ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und ich frage mich dann, wem die Hütte gehört, wo ich geschlafen habe, weil da kam ja keiner raus. Kayn kam irgendwie aus der Hütte links von der Hütte, wo ich drin war. Aber wer hätte dann wohl in der Hütte geschlafen, wo ich geschlafen habe? Vielleicht Frau Kalom, der muss ja auch irgendwo schlafen. Und der hat ja auch seine, 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 äh, wie nennt man das, seine Trankfabrik? Ach, verdammt, ich suche nach einem Wort für da, wo man Alchemieprodukte herstellt. Fällt mir jetzt aber kein gutes Wort für ein. Wo geht es eigentlich hier lang? Da war ich irgendwie noch nicht. Vielleicht könnte ich auf dem Rückweg ja mal hier gucken, was hier so ist. Ich kann mich ja versuchen, daran zu erinnern. Ah, vergesse ich bestimmt. Und hier gibt es wieder jede Menge frisches Vieh. Zum Beispiel diesen Goblin hier. Um, Coverdown, wie geht es dir eigentlich? Hast du vielleicht ein bisschen neues Erz gekriegt jetzt? Kann ich dir vielleicht irgendwas abkaufen? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh, 2000 Erz, das ist ja, das ist nicht schlecht, Alter. Muss ich ja echt mal Respekt sagen. Da kann ich ja sogar mal einen von meinen Zweihörnern verkaufen. Einen Steinbrecher behalte ich mal noch. Das kann weg, das kann weg. Die Nagelkeulen können auch alle weg. Oh, ich habe ein bisschen zu viele Nagelkeulen, habe ich den Eindruck. Spitzhacke bleibt, der Bogen bleibt. Gut, dann... Die Rüstung haben wir auch gesagt, die bleibt. Schutz vor Pfeilen. Ist das das, was mir... Was mir Koranga freundlicherweise verlassen hat? Ein Ring mit Schutz vor Pfeilen, naja. Vielleicht werde ich mir irgendwann von vielen Bogenschützen beschossen, dann kann ich das ja mal anziehen. Ansonsten habe ich hier noch Kerzenständer. Ich habe noch Minecrawler-Eier, interessant. Ich glaube, die verkaufe ich hier beim Sumpflager, auch wenn das, glaube ich, keinen Unterschied macht. So, RP-technisch würde ich eher erwarten, dass ich die im Sumpflager verkaufen soll. So, Lurker-Clown. Ein paar Flügel. Und... Blutfliegenstachel. Aber sind wir auch fast schon auf 2000. Ja, noch sieben, komm, sieben. Hier, Wolfsfell und noch ein Wolfsfell. Dann sind wir auf 2300. Nehme ich. Na, es dauert jetzt einen Moment, tut mir leid. Es ist jede Menge Erz, was hier gerade gedealt wird. So, das war mein Erz. Was hast du denn eigentlich noch hier? Ach, du hast jede Menge tolle Bögen. Ist ja schön. Der beste Bogen ist ja Wolfsfetzer im Moment. Brauche ich die 28 Geschicklichkeit? So etwas habe ich doch nicht. Wo soll ich sowas denn lernen? Ich kann doch nichts. Bin total ungeschickt. Ich bin eher der mächtige Kämpfer. Und nicht so der filigrane Bogenschütze. Deswegen kann ich den Bogen, glaube ich, einfach mal da liegen lassen. Oh, ist noch ein Scavenger. Oh, stimmst du gleich los. Ich dachte, du musst jetzt noch hier ein bisschen deinen Kopf schütteln und sowas. Irgendwie kam gerade eine Bewegung aus der Höhle. Und ich habe mir das eingebildet. Kann ja nicht auch passieren. Aber da sind Moleranz, wie es aussieht. Und ich habe mir das Gefühl, dass ich mich darüber beschweren würde. Hey, hey, hey. Ich bin bei ihm. Alles wird gut. Aber irgendwie kriege ich durch die auch so ziemlich gar keinen Schaden mehr. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Ich finde es nur interessant. So, da ist Aiden. Wie hieß du Aiden? Aiden, Entschuldigung. Aiden. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen Aiden komme. Ich glaube, es hat irgendwas mit einer Jodie zu tun. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Aiden hat, glaube ich, nichts zu handeln. Deswegen, er könnte uns, glaube ich, ein paar Jagdfähigkeiten beibringen. Aber da sind wir ja schon relativ gut unterwegs, würde ich meinen. Also, relativ gut heißt, so viel, wie wir lernen wollten. Deswegen brauchen wir, glaube ich, nicht Aiden behelligen. So, sind hier auch noch neue Viecher aufgetaucht. Na, Viecher? Gut, gut, gut. Sieht nicht so aus. Dann wechseln wir mal die Strandseite. Und kehren in das neue Lager zurück. Hi, Lefty. Wie läuft's denn so? Wolltest du noch ein paar Schläge kriegen? Ach, ich bin ja nicht so gemein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu nett. Eigentlich könnte ich immer wieder hier vorbeigehen und Lefty schlagen. Nicht, dass es mir irgendwie was bringen würde. Außer irgendwie eine Art der Genugtuung. Aber ich bin ja nicht so schlimm. Ich glaube, wir gehen am besten zu Mordrak. Mordrak war ja irgendwie unser direkter Vorgesetzter, der uns weiter beauftragt hat, zu schauen, was mit dem Sumpflager abgeht. Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Okay, ich darf hier eigentlich formal nicht mehr rein, weil ich jetzt Söldner bin statt Bandit oder Schürfer. Interesting. Aber sie haben zu viel Angst vor mir, als dass sie mich da abweisen wollen. Hi, Mordrak. Ähm, wegen der Sektensache übrigens. Ich hab da was rausgefunden. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Hm. Das ist natürlich auch eine Option, das zu sehen. Aber zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Hast ein Erz? Das ist ja... Das ist ja traurig. Das darfst du behalten, dein Ein-Ein-Erz. Kein Problem. Brauch ich nicht. So. Dann, wem sollten wir noch irgendwie... Bericht erstatten? Laris vielleicht? Ja, Laris vielleicht. Gehen wir mal zu Laris. Vielleicht möchte er auch noch was hören. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Oh. Mist. Naja, gut. Vielen Dank. Gut. Dann... Hat vielleicht noch... Sharky war, glaube ich, sein Name. Hat vielleicht noch neue Waffen oder sowas. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Oh, auf jeden Fall hat er 2000 Erz. Das ist doch... Das nehme ich ihm doch gerne ab. Und sonst hat er... Ein paar Hämmerchen. Das ist ja... Niedlich. Oh, ich habe gerade keine Verwendung für einen Hammer. Aber das... Erz nehme ich dir gerne ab. Das waren 2000 waren es. Na, gucken wir mal. So, wir haben auf jeden Fall noch den... Rostigen Zweihänder, den ich verkaufen kann. So. Was habe ich hier denn noch? Ich habe noch Blutfliegenstacheln. Boah, die sind ganz schön was wert, die Viecher. Das will ich ja mal echt... Echt sagen. Noch Zähne. Ah, den Becher kannst du auch noch haben. Und die Schüsseln. Brauche ich nicht. So, der Krug. Sumpfkraut behalte ich mal. Vielleicht kann ich das irgendwie noch Gewinn bringen, da unter die Leute bringen. Obwohl, den Traumhof kann ich dir, glaube ich, so verkaufen. Weil, ob ich jetzt hier von dir 10 kriege oder 10, wenn ich das irgendwelchen Leuten gebe... Das ist mir, glaube ich, relativ Jacke wie Hose. Die Eier... Ach, die Eier behalte ich mal. Komm. Na gut, dann gibt es mir halt 3300 irgendwas. So, 3339 waren das. Zahlen sind so klein. So, okay. Annehmen. Vielen Dank. Gut, dann gehe ich vielleicht zu meinem vorgesetzten Lee. Der hat doch bestimmt... Ach, ich muss auch noch mit Kronos reden. Ich habe ja den Brief tatsächlich endlich mal abgegeben gehabt. Der gibt mir doch bestimmt auch noch einen Schlag auf den Rücken dafür. Ich habe deine Nachricht überbracht. Ich habe deine Nachricht überbracht. Ah, gut. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Mühen. Oh, 200 Erz. Sehr nett, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Kronos hat bestimmt jetzt auch noch ein neues Erz, aber... Ich habe im Moment nichts, dass ich damit handeln könnte. Deswegen... Lass ich es einfach mal. So, dann gehen wir mal noch zu Lee. Vielleicht können wir ihm noch was erzählen über die Geschichte im Sumpflager. Ansonsten kann ich ihn mal fragen, ob er vielleicht mir jetzt eine bessere Rüstung verkaufen will. Hallo. Hi. Ähm. Okay, ich kann dir nichts erzählen. Das finde ich schade. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Ja, das weiß ich. Ich hätte gerne eine schwere Rüstung. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Oh, schade. Und die mittelschwere Rüstung vielleicht? Hm, ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Hm. Okay, gut. Vielen Dank. Für zwei Hinterlernen fehlen mir noch die Lernpunkte. So, dann können wir mal hier... Neue Rüstung. Der hat 55, 10, 25. Das ist schon ein bisschen besser als 40, 5, 20. Ja, ja, ja. Und? Oh, sie hat keine Clipping-Feder. Yay, kann ich sie auch tragen. Das ist ja wunderhübsch. Jetzt haben wir eine schnieke, mittelschwere Söldnerrüstung. Ich wollte mal eben gucken, wer auch sowas trägt. Ich glaube, Gorn trägt sowas auch. Also, wenn wir uns mal von vorne sehen. Wir sehen jetzt von vorne, sehen wir so aus wie Gorn. Wir können jetzt im Bruderschaftslook mit Gorn rumlaufen, wenn wir wollen. Wir können es aber auch lassen, glaube ich. So. Dann kann ich ja jetzt den Trank trinken. Wir haben ja jetzt Stärke auf 100 gelernt. Dann kann ich ja jetzt tatsächlich mal den Stärketrank trinken, um noch drei weitere Stärke rauszuholen. Supi. Dann haben wir hier, glaube ich, das, was ich hier erledigen wollte, abgehakt. Dann können wir, glaube ich, mal zurückgehen und gucken, was bei diesem Org-Friedhof los ist. Auch wenn das jetzt wieder am anderen Ende der Karte ist. Ich kann ja schon mal spoilern, dass wir in näherer Zukunft tatsächlich dann auch mal Schnellreise-Möglichkeiten kriegen. Deswegen ist das jetzt hoffentlich eine der letzteren Folgen, wo wir so viel sinnlos durch die Wallachai laufen, während ich versuche, irgendwas Tolles zu erzählen. Ja, das ist jetzt nicht so viel zu erzählen. Ach, ja. Es gab doch noch diese komischen Banditen, die mich da hinten in dieser Höhle angegriffen haben. Vielleicht bin ich ja jetzt stark und genug gepanzert, um mich jetzt mal mit ihnen aufzunehmen. Auf jeden Fall werde ich mich mit diesem Waran anlegen. Ach, komm. Ach, aber ihr Mistklächer mit eurem Ausweichen. Ey. Ey, Mietz. Ich finde das nicht lustig. So. Jetzt ist aber auch gut. Das, bei Mona hat es nicht das Problem mit dem Ausweichen haben. So, ich glaube, hier hinten war diese Höhle. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen geside-trackt werde, aber wir sind jetzt relativ stark und können uns, glaube ich, mit den meisten Sachen, die man so auf der Karte findet, anlegen. Vielleicht könnte ich mich demnächst auch mal wieder an diesem Schattenläufer versuchen. Was macht der eigentlich? Ihr seht aus wie beim Lieben. Was zum Teufel machst du hier? Ach, komm. Der hat genug. Die Waffe weg. Glück gehabt. Das wird dir noch leid tun. Was zum Teufel machst du hier? Äh. Ah, ein... Ja. Klar, greif mich ohne Waffe an. Kein Problem. Ein kleiner Wegstoß und der wäre auch umgefeiert. Glück gehabt. Das ist irgendwie ein sehr komischer Ort hier. Irgendwie juckt es mich ja so ein bisschen, die anderen Leute, die anderen Jungs auch umzuhauen. Weil irgendwie machen die mein, äh... Wie es aussieht, machen die versuchen, die mein Sumpfkraut-Business kaputt zu machen, indem sie hier selber Kraut mischen. Das finde ich nicht gut. Das wird dir noch leid tun. Was zum Teufel machst du hier? Komischer Typ. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ja, so wie du. Hm. Wie finde ich das komisch hier, die Höhle? Oh. Na gut. Ich, ähm, gehe da mal wieder. Ich muss sie ja nicht umbringen, ne? Also ich meine, so habe ich jetzt so ein bisschen... Wenn sie schon ein Konkurrenz-Business zu meinem, äh, zu meinem Sumpfkraut-Handelsring aufmachen wollen, dann sollten sie damit rechnen, dass Schläger vorbeikommen. Und weil ich mir keinen Schläger leisten kann, gehe ich im Zweifelsfall halt selbst hin. Es gibt, glaube ich, wenn man dem Sumpflager anhört, gibt es, glaube ich, eine Aufgabe, wie man diesen, äh, wie man diesen Krautmischerring sprengen soll. Aber weil ich nicht dem Sumpflager angehöre, gibt es diese Aufgabe für mich leider nicht. Aber ich kann wenigstens die Leute mal ordentlich verdreschen. Das ist doch auch was. So. Dann will ich mich mal langsam auf den Weg zurück machen. Aber ich wollte noch mal kurz vor dem alten Lager rechts abbiegen und schauen, was sich dort in diesem Weg befindet. Das wird doch bestimmt spannend. So, gehen wir wieder bei Aidan vorbei. Ja, ich kann an dieser Stelle vielleicht mal erzählen, dass, wo ich gerade an Aidan denke, dass es sicherlich viele Gothic-Spieler gibt, die jetzt in dieser, in diesem, in dem Entwicklungsstadium, wo ich jetzt auch bin, hingegangen sind und ziemlich jeden aus dem neuen Lager einmal umgeschlagen haben. Ja, was man ohne, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche negativen Auswirkungen machen kann. Ja, man kann, jeden von den Banditen kann man, kann man schlagen und hat dann nur Kampf mit dem selbst und kann man den dann ausnehmen und die Erfahrung nehmen und sowas alles. Ich finde das ein bisschen für ein leicht RP angehauchtes Let's Play, das ich nun mal leider mache, finde ich es nicht besonders RP-mäßig, einfach hinzugehen und die eigenen Leute zu schlagen. Da hinten sind ein Snapper, wie es aussieht. Deswegen werde ich das in diesem Fall nicht machen, ja. Man kann damit auch, wenn man das unbedingt wollte, könnte man das auch nutzen, um sich jetzt schnell ziemlich reich zu machen, weil halt irgendwie so Händler, Banditen, wie zum Beispiel Sharky, jetzt extrem wertvolle Sachen mit sich rumtragen und wenn man sie umhaut, kann man denen halt ihre Sachen rauben. Aber ich mache das jetzt an dieser Stelle nicht. Ich weiß nur darauf hin, dass es sicherlich viele Leute gibt, die das kennen und falls jemand in Gothic-Serum schon mal gespielt hat, dann will ich es auch nicht irgendwie sagen, dass ich das irgendwie für schlecht finde. Ich finde, es ist nicht meine Sache und ich mache das jetzt in diesem RP angehauchten Let's Play, mache ich das jetzt nicht. Och, da kommen gleich zwei, drei, okay. Da kommen sie vielleicht so ein bisschen Zeit verschoben, das wäre irgendwie ganz fluffig. Irgendwie haben sie Probleme, da runterzukommen. Ich muss das ausweichen, ey. Ich könnte auch ausweichen mit dir. Ja, geht's jetzt, weil die immer wieder hier toll ausweichen können, beziehungsweise oben festhängen, wo sie mich angreifen können, ich sie aber nicht. Das ist mal wieder typische Geschichten, die Gothic schreibt. Ja, komm, komm, Misty. Komm, du scheiß Misty. Ey. Ja, es kommt, da hinten kommt der eine. Warum, 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 aber der davor nicht kommt. Gut, vielleicht sollte ich ihn nicht gegen die Anhöhe links zurück, zurückdrängen, sondern gegen die rechts, da kann er nämlich auch nicht ausweichen und da kann er auch, glaube ich, nicht hochsteigen. Ach, komm. So ist das schon ein bisschen besser, aber das war erst einer von den Mistytern. Ach, komm, komm, Misty. Kommt der da hinten, was ist mit dem da vorne? Ist wahrscheinlich der Felsen genau an seiner Sichtlinie oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ja, auf der Seite. Ups. Ja, krieg ich den Ziel, danke. Ja. Das mit der Zielanmüsierung ist auch nicht so optimal manchmal. Vor allem mal so schnellen Viechern wie Snappon. Ganz schlimm ist das bei den schnellen und ausweichenden Viechern wie Snappon. Ja. Ich bin sehr begeistert, das seht ihr wieder. Oh, Snappon sind leider so ein bisschen nervige Gegner. Die sind komischerweise als Einhandwaffenkämpfer wesentlich besser, weil man dann da wirklich besser reagieren kann und auch ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil hat. Bei einer Zweihandwaffe ist das halt ein bisschen suboptimal. Aber man kann es auch hinkriegen. So, haben wir die Snapper aus dem Weg geräumt und jetzt schauen wir mal an, was sich in dieser Höhle wohl verbirgt. Ein Sklavenbüro oder ein Nachtschatten und ein Trank und eine Schriftrolle dazu. Das ist ja nett. Gucken wir mal, was sich hier weiter noch verbirgt. Wir speichern mal lieber nicht, dass gleich wieder eine Armee von Snappern hinter der nächsten Anhöhe wartet und mich zerfleischt. Das ist nur ein Waran. Die sind zwar auch nervig, aber wenn sie noch rumschnüffeln, dann können sie nicht ausweichen. Haha. Ich kriege ja die Warane mittlerweile mit einem Treffer tot, wenn sie nicht so komisch nach hinten ausweichen. Und eine Kiste mit einem Dietrich, ein paar Bier, Fackeln und Schinken. Ich weiß noch nicht immer, warum immer ständig in den Kisten Bier drin ist. Ich meine, Bier in Kisten, klar, ist verständlich, aber ich hätte mir eigentlich andere Kisten dafür vorgestellt. Hm. Ein umgestürzter Steinbogen oder irgendwie sowas? Ist da irgendwas? Nee. Und da ist ein Waran. Ein Waran an einem See mit einem Trank. Interessant. Noch einen Trank dahin. Tja, die nehme ich doch auf jeden Fall mit. Kein Problem. Dann habe ich vielleicht so ein bisschen die Tränke wieder raus, die ich bei den Snappern da ganz am Anfang verloren habe. Und eine Ork-Statue, die eine Höhle bewacht. Interessant. Aber in der Höhle ist irgendwie nix. Ja. Gut. Es gibt dann manchmal doch, also ich meine, die Welt von Gothic ist ja relativ überzeugend, dass es in fast jeder Ecke irgendwie noch so eine Kleinigkeit gibt und so. Aber manchmal sind, aber dann fällt es dann manchmal trotzdem negativ auf, wenn es irgendwie mal so Höhlen gibt, wo halt irgendwie gar nichts ist. Wo irgendwie kein Sinn erkennbar ist, warum die da ist, außer um zu sagen so, ha, das ist schade, hier ist auch eine Höhle, aber hier ist leider nix. Tut uns leid. So. Ich speichere mal und irgendwas, irgendwie hat sich gerade meine Aufnahmesoftware gemeldet. Deswegen breche die Feuer an dieser Stelle mal kurz ab. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ich sag mal, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.